So Leute und Moin zusammen, ich grüße euch mal wieder zu einem neuen Video von meinem E60 530i und heute werden wir uns mal um was ganz anderes kümmern. Heute werden wir das Lenkrad ausbauen, um nämlich den Soft-Touch-Lack, der da zu Resten noch drauf ist auf der Kunststoffverkleidung am Lenkrad, werden wir nämlich soweit entfernen und wie das geht, zeige ich euch in diesem Video. Schauen wir uns jetzt gemeinsam hier auch nochmal die Ausgangsbasis an. Man sieht das ja, hier haben wir einen wunderschönen Glanzbereich, genau wie hier überall. Warum? Weil ich hier schon hingegangen bin und habe ein bisschen Reiniger und so weiter das Ganze hier entfernt. Und da kommt nämlich, so sieht es nämlich standardmäßig aus, wenn es gut aussieht, ist es nämlich so. Und hier fängt es nämlich langsam an abzugehen, hier drüben schon ein bisschen schlimmer, hier ist noch so ein Rest dran und so weiter, viele von euch werden das kennen. Es ist ein geiles Material, es fasst sich gut an, es sieht schön matt aus, sieht geil aus. Allerdings, wenn es dann natürlich so aussieht, ist es halt wirklich der Untergang, genauso wie auch hier überall so ein paar Reste drin. Und dementsprechend kann man halt hingehen und das komplett entfernen. Das werde ich auch noch hier bei diesem Teil hier machen müssen. Heute konzentrieren wir uns aber um den Lenkradbereich, also um diese Spangen. Und damit legen wir jetzt los. So, Kollege Daniel auch noch mit seinem Golf hier dabei. Ja, ja. Wir müssen jetzt loslegen. Was machen wir jetzt erst? Das Batterie abklemmen, damit wir den Airbag rausholen können. 10er Nuss ist das, was wir hier brauchen. Einmal den Minuspol lösen und dann müssen wir uns irgendwas da drunter legen, damit die keinen Kontakt mehr hat. Was brauchen wir? Wir brauchen einen Torx 25 Schraubendreher und dafür müssen wir dann hier unten reingehen. Man kann sich das Lenkrad auch so ein bisschen drehen. Dann kann man nochmal von der Position oder manche machen das auch von oben. Ich lasse es jetzt mal in der Position hier von unten. Dann haben wir nämlich hier eine Öffnung. Und dann habt ihr so eine kleine Spange hier. Die muss gedrückt werden. Ihr seht das hier am Winkel des Schraubendreher. Der geht nicht ganz gerade rein, sondern hat so einen leichten Winkel nach hier. Jetzt müssen wir hier leicht drücken. Und dann sollte der hier und hier nämlich auch gelöst werden und raus ploppen. So. Da ist er. So. Das war die zweite Seite. Und jetzt aufpassen. Da ist natürlich ein Kabel dran. Können wir den mal so auf uns zudrehen. Und hier haben wir nämlich einen kleinen Stecker. Den müssen wir vorsichtig lösen. So. Seitlich an der Stelle müssen wir den drücken. Und dann kann man die Airbag-Einheit soweit rausnehmen. Zum Verständnis will ich euch jetzt auch nochmal zeigen, was genau machen wir jetzt mit dem Schraubenschlüssel. Achtet mal hier unten auf diese Position. Da kommt nämlich jetzt der Schraubendreher rein. Da seht ihr es. Zack, zack, zack. So. Und der geht nämlich und drückt auf diese Eisenstange hier und bewegt dadurch diese, diese und diese. Links wie rechts. Und dafür gehe ich hin und drücke dann. Na ja. Da muss man aufpassen. Nicht wegrutschen. Genau. Und dann, zack, passiert nämlich das hier. Und dadurch werden auf der Rückseite nämlich quasi diese Haken beim Airbag freigelassen. Das sind diese hier. Die sind ja hier eingehakt. Und damit werden die hier gehalten und damit gelöst. Als nächstes, um das Lenkrad rauszunehmen, müssen wir hier vorsichtig, habe ich gerade schon gemacht, mit einem Schlitzschraubendreher reingehen, weil der nämlich diese Nase an der linken Seite hat. Und danach, 15er Nuss brauchen wir jetzt, müssen wir das Lenkrad soweit lösen. Ja, von der Lenkrad lösen, indem ihr hingeht und klemmt euch das hier in die Knie oder aber natürlich Lenkrad Schloss ist ja auch drin. Und dann mit Verlängerung, Proxxon, 15er Nuss, habe ich jetzt gerade schon angelöst. Die war ordentlich fest, ist auch nicht verkehrt. So, müsst ihr dann vorsichtig lösen, Schraube rausholen. Und da ist ein Unterschied beim E60, ob ihr hier eine Schraube oder eine Mutter verbaut habt. Dementsprechend gibt es nämlich für nachher das Befestigen, das Zusammenbauen, ein anderes Drehmoment. Zack, ist nämlich bei mir die Schraube. Und jetzt, wenn wir alles richtig gemacht haben, genau, können wir das wieder abnehmen. Und das Schöne bei BMW ist, wir haben hier unten nämlich, bei diesen ganzen vielen kleinen Zähnen, haben wir nämlich eine dicke Aussparung quasi. Also man kann es nachher nicht falsch wieder zusammenbauen eigentlich. Also muss man sich schon sehr, sehr bescheuert anstellen, aber ich glaube, das wird gar nicht drauf gehen. Okay, Freunde, Lenkrad soweit ausgebaut. So sieht es aus, wie gesagt, Zustand hier wirklich sehr, sehr bescheiden. Wichtig auch noch als Hinweis dazu, wenn ihr es ausbaut, bei diesem Penippel hier unten unbedingt aufpassen. Wirklich Kerzen gerade rausziehen, damit ihr das Seil, wo es reingesteckt wird, nicht beschädigt. So, und jetzt müssen wir hingehen und wir müssen die Spangen hier soweit rausnehmen. Ist ein bisschen tricky, müssen wir gucken, ob wir das hinkriegen, ob das Ganze klappt. Also als erstes, Torx 20, müssen wir einmal die Schraube hier auf der Seite und auf der Seite lösen. Das ist noch der einfache Part. Rechts. Okay, der Daniel hat filigrane Händchen, der ist mir behilflich. Ja. So, dementsprechend, also hier Step by Step immer ein bisschen anheben, weil man hat diese, ja, die Spangen quasi hier in so einer Führungsebene drin, also in diesem Loch mit dieser Nase hier, mit dieser hier. Und da muss man so Step by Step immer ein bisschen weiter hochgehen. Ihr seht das schon, dass wir jetzt hier auch einen kleinen Spalt haben, genauso wie auf der anderen Seite. Und dann machen wir weiter. Ja, perfekt, genau. Immer so Step by Step so leicht ein bisschen rausgehen und das natürlich parallel machen, damit wir hier auf gar keinen Fall eine Verkantung haben. Weil wenn es verkantet, kann es nämlich schnell kaputt gehen. So, da auf der Seite schon komplett raus. Sehr schön. Und dann, genau, einmal umklappen. Auf der Rückseite haben wir natürlich noch die zwei kleinen Stecker drin. Die müssen wir lösen und dann können wir es abnehmen. So sieht jetzt die abgebaute Spange aus. Auf der Rückseite, wie gesagt, müsst ihr aufpassen, mit einem ganz kleinen Schraubendreher hingehen und ganz vorsichtig die Stecker lösen und dann rausziehen. Haben wir gerade zu zweit gemacht, geht dann bedeutend einfacher. Und jetzt, damit wir hier frei dran arbeiten können, unbedingt müssen wir die Schalter oder Knöpfe erstmal loswerden. Weil die wollen wir natürlich nicht behandeln, denn sonst haben wir nämlich hier auch keine weiße Beschriftung mehr drauf. Und jetzt müssen wir mal gucken. Hier haben wir Torx-Schrauben und hier haben wir Kreuz. Schauen wir mal, nehmen wir mal weiter auseinander. Okay, wieder Torx 20. Nehmen wir jetzt erstmal hier die Torx-Schrauben so weit raus. Eins, zwei. Und dann müsste, wenn ich das richtig sehe, so weit dieser Teil der Spange davon abgetrennt werden. Ja, das scheint zu passen. Genau. Sehen wir jetzt hier, haben wir den Teil einmal so entfernt und müssen auf jeden Fall jetzt noch die Schalter ausbauen. Okay, ganz kleiner Kreuz-Schraubendreher brauchen wir hier. Mein Vater hat ja gutes Werkzeug, hier so kleine Proxon, aber der ist ein bisschen locker hier in der Position. Deswegen von der Kirmesbude, was weiß ich woher der hier ist, nehmen wir jetzt den ganz kleinen, oder ja, ist eigentlich im Gegenteil, ein bisschen größer. Aber, der packt nochmal einen Ticken besser. Dementsprechend die Schrauben jetzt hier lösen. So, ich drücke jetzt mal vorsichtig. Okay, jetzt haben wir die Bedieneinneude auf jeden Fall raus. Okay Freunde, was haben wir jetzt gemacht? Die Schalter hier auszubauen, ist mir ein bisschen zu heikel. Man müsste jetzt hier diese weißen Klammern, die hier drin sind, sich befinden, lösen. Wir machen das jetzt mal, deswegen habe ich den noch nicht gemacht, testweise so. Ich habe jetzt hier auch soweit auseinander gebaut und habe hier die Tasten soweit komplett abgeklebt, damit hier bloß nichts drankommt, ist ganz wichtig. Und hier das M-Logo unten habe ich auch noch versucht abzukleben, hält nur nicht sonderlich gut, deswegen habe ich das HPX-Band mal hier genommen. Und jetzt versuchen wir den ganzen mal zu lösen. Ja, womit versuchen wir das? Wir nehmen mal hier den Intro, das ist von Wizard of Gloss, der Isopropanol. Genau, und jetzt müssen wir mal gucken, ob der genug Power hat, um das Ganze zu lösen. Schauen wir einfach mal, ich habe es jetzt extra nicht aufgesprüht, sondern gehe hier hin und ziehe hier ein paar mal drüber. Ansonsten muss man nämlich doch auf Nagellackentferner gehen. Alternative ist, ja, ich glaube da sind wir zehn Jahre dran, das dauert zu lange, aber es löst sich ein bisschen, was sieht man hier. Alternative, Backofenspray haben wir auch schon gemacht beim Juli. Ist natürlich nicht so die saubere Variante, aber geht alles, geht alles irgendwie. Okay, das hat nicht viel genug geklappt, wir sprühen es mal ganz ein, lassen das ganze paar Minuten einwirken, mal gucken, ob er sich dann lösen lässt. Okay Freunde, soweit ein bisschen einwirken lassen. Also was man jetzt sieht, mit dem Finger tut sich jetzt hier langsam was, da kann man es lösen. Das Problem ist, ich habe jetzt gerade auch noch ausprobiert, hier so einen Nagellackentferner von der Frau. Ist allerdings acetonfrei, funktioniert nicht, habe ich ausprobiert hier oben an der Stelle. Wird ultra sauber, löst sich aber nicht. Der Kollege fährt jetzt gerade noch los, hört er den Motor. Dementsprechend, der besorgt jetzt Nagellackentferner mit Aceton und dann gucken wir mal damit weiter. So Freunde, der Daniel ist wiedergekommen, Nagellackentferner extra stark hat er mitgebracht. Der ist acetonhaltig und nicht drüber wundern. Hier haben wir das jetzt so weit wegbekommen, allerdings sieht das natürlich schlimm aus. Hier müssen wir im Kunststoffpfleger gleich noch drüber gehen. Ansonsten hier eigentlich alles soweit super geworden, bei dem Teil, bei der unteren Spange. Links und rechts, die Spangen machen gerade ein bisschen Sorgen, weil das ist anscheinend so mehrschichtig auch noch. Und das gestaltet sich jetzt was schwieriger. Wir machen nur einen Test. Eine uralte Flasche, Schlecker gibt es ja seit ein paar Jahren glaube ich nicht mehr. Ein bisschen Staub drauf. Wir versuchen es auch noch doch mit Backofenspray. So, versuchen wir das Ganze mal. Also drauf damit, einwirken lassen, abwarten und dann kann man das eigentlich gleich richtig schön abziehen. So haben wir das beim Juli, beim Coupé nämlich schon mal gemacht vor einigen Wochen. Mal gucken, schauen wir mal. Testen wir erstmal mit einem und natürlich auf jeden Fall aufpassen, Elektronik ist ja jetzt raus. Das ist wichtig, weil wenn ihr nämlich jetzt mal zwischen die Ritzen läuft oder in die Schalterritzen rein, nicht so gut. Und dann mit dem Kompressor gleich schön rausblasen. Ich bin hingegangen und habe das Ganze soweit jetzt komplett eingesprüht. Scheint soweit zu funktionieren. Testen wir mal. Dementsprechend immer noch weiter schön einwirken lassen, damit es sich gleich alles lösen lässt. Ich habe das bei der unteren Spange auch nochmal gemacht, damit ihr hier wirklich komplett alle Reste abkriegt. So Leute, wir sind jetzt hier zu zweit schon dran. Haben uns das Ganze ein bisschen aufgeteilt und hier, das ist sogar mehrschichtig auch noch gemacht worden. Besser mehr ins Licht, so. Also richtig behindertes Zeug. Also die seitlichen Spangen sind ganz, ganz schlimm. Sehen auch jetzt richtig fatal aus. Ich hoffe, die kriege ich wieder richtig schön hin. Man sieht das hier auch wirklich Schicht auf Schicht hier drauf. Das müssen wir alles nach und nach runterholen. Ja, Nagellackentferner, Backofenspray. Also alles hilft irgendwie so ein bisschen, aber nichts so richtig Perfekter. Ich habe hier noch ein ganzes Arsenal geholt. Ich war jetzt hier gerade noch im Supermarkt. Habe mir nochmal andere Nagellackentferner geholt. Vielleicht ist der zu schwach. Habe mir hier noch so ein anderes Backofenspray geholt. In einer anderen Variante Aktivgelformel habe ich hier gerade auch so weit drauf. Denn bei der Spange, bei dem seitlichen Ding ist es wirklich so. Ey, keine Ahnung. Also das hat mehrere Schichten anscheinend, dieser scheiß Lack. Der sieht soweit okay aus. Hier ist er auch ein bisschen mehr glänzend als hier an der Stelle. Also so hartnäckig. Habe ich das beim Juli beim E46 nicht erlebt wie hier. Ich bin jetzt schon am überlegen, ob ich vielleicht hingehen soll. Und was ist die Alternative? Gibt da zwei Möglichkeiten. Das Ganze wird natürlich komplett runtergeschliffen und danach ordentlich lackiert. Oder aber man kauft die Dinger neu. Ich weiß nicht, worauf es hinauslaufen wird. Ich werde es wahrscheinlich gleich einbauen. So wie es jetzt ist in diesem Zustand. Gehe noch mit Plast dahin. Können natürlich auch anderen Kunststoffaufbereiter nehmen. Damit das Ganze wenigstens einigermaßen wieder gut aussieht. Also die Seite geht ja noch. Also damit könnte ich ja leben. Aber die hier, zeige ich euch gleich nochmal. Sieht wirklich ganz, ganz schlimm aus. Wenn ihr Ideen und Tipps habt, gerne in die Kommentare rein. Und ansonsten, ich bin ratlos. Hab da keine Idee mehr. Also dass die eine Seite auch ganz gut geworden ist. Aber die andere wirklich ihre Probleme hat. Das ist halt so ein Ding, kann ich nicht mehr nachvollziehen. Bevor mich alle für bekloppt erklären. Ja, was ich aber auch bin. Scheiß drauf. Ihr seht diese unterschiedlichen Schichten hier. Also das ist einfach mal echt krass. Weil das ist bei dem anderen nicht. Ich habe bei dem Lappen hier auf jeden Fall nochmal den anderen Nagellackentferner getestet. Bringt aber auch soweit nichts. Versuchen wir aber gemeinsam hier auch nochmal. Und ist natürlich auch nur im Austrocknen jetzt noch der Kunststoff. Da kannst du machen, was du willst. Ich habe es auch einwirken lassen. Ich versuche es hier auch mit dem Fingernagel. Also das Zeug ist so widerspenstig dick hier drauf. Problem ist, eine Folierung oder ähnliches dürfte jetzt eigentlich auch nicht funktionieren. Weil man natürlich dann diese unterschiedlichen Ebenen dadurch durchschimmern sieht. Also das ist echt unbefrieden. Ansonsten hat es super gut geklappt. Und das ist meine, wie auch die im Internet kursierende Vorgehensweise, um das loszuwerden. Aber hier bin ich wirklich überfragt. Da habe ich keine Idee mehr. Ich habe jetzt die letzten scharfen Geschütze, die mir eingefallen sind, aufgefahren. Eulex, Eulex M. Also für matte Lacke auch noch. Habe das Ganze damit versucht. Das ist ein Klebstofflöser von Kochchemie. Genauso wie auch Orange Power. Was Klebstoff, Baumharz und Gummientferner darstellt. Tut sich nichts. Also das Zeug ist einfach mal komplett verheiratet mit dem Kunststoff hier. Da kannst du rubbeln und schrubben, wie du willst. Keine Chance. Da tut sich gar nichts mehr. Also da bin ich wirklich enttäuscht. Schade drum, weil die andere Seite echt okay geworden ist. Da hat es geklappt. Aber auf der? Keine Ahnung. Last but not least, was mir gerade noch eingefallen ist. Klebstoffentferner von Sonax. Habe ich auch versucht. Kannst du auch drüber rubbeln, wie du willst. Geht nichts runter. Ganz vergessen. Leute, das geht nicht. Eine Seite okay. Untere Spange sehr cool geworden. Aber die rechte? Ey, das muss mal ein Mensch verstehen. So ein Shit. Ich habe jetzt hier die Variante so weit wieder zusammengebaut, wie ihr auf der Rückseite sehen könnt. Und da müssen wir nämlich aufpassen. Bei den Schaltern sind nämlich hier zwei kleine Löcher. Da müssen nämlich diese Kunststoffnippel rein. Das ist einmal dieser hier. Filigrane Stelle. Da und da der andere. Danach kommt die Schalteinheit von hinten. Also die Elektronik wieder drauf. Vier Schrauben drauf. Und dann haben wir die wieder zusammen. Ja, Freunde. So sieht das fertige Lenkrad aus. Also wenn man sich die linke Seite anguckt. Klar, hier ist ein bisschen mehr Glanz als da unten. Da drüben zum Beispiel. Aber ansonsten sieht das eigentlich ganz gut aus. Abgesehen wirklich von dieser einen Position hier. Die halt wirklich verheerend aussieht. Hier unten ist es auch ganz gut geworden. Noch ein bisschen speckig. Ein bisschen vom Plast sah. Aber ansonsten wirklich in Ordnung. Und eines der nächsten Videos demnächst gibt es auf jeden Fall was dazu. Da werde ich nämlich das Lenkrad neu machen lassen. Vielleicht kriegen wir es da nochmal irgendwie hin, dass wir die Spangen soweit komplett reinigen. Komplett entfernen von dem Zeug. Ich weiß es nicht. Und ansonsten neu kaufen oder runterschleifen. Und dann mit einer Folierung oder einer Lackierung vorgehen. Ich weiß es noch nicht. Ich baue das Lenkrad jetzt auf jeden Fall wieder ein. Und wenn ich fertig bin, seid ihr wieder dabei. Ja, Freunde. Einige von euch bei Instagram haben wirklich zahlreiche Sachen vorgeschlagen. Einige Sachen, die ich aber auch schon verwendet habe. Nitroverdünnung, Universalverdünnung, was weiß ich alles. Pures Aceton haben wir noch nicht versucht. Das habe ich mir in der Apotheke abfüllen lassen. 100 Milliliter. Da wurde ich dann erstmal gefragt, was will ich denn damit? Das wäre eine Schnüffeldroge. Wusste ich auch nicht. Für den Werkstattbedarf war das dann okay. Habe ich gekriegt. Und Brev Power. Damit soll es wohl funktionieren. Mir ist natürlich klar, das hier ist so eine easy Nummer. So eine Variante. Wir werden das jetzt auch im eingebauten Zustand hier versuchen. An einer Stelle einfach mal, was passiert. Ich habe die Befürchtung, dass wenn wir mit dem Aceton dran gehen, wird das Ganze noch schlimmer aussehen. Es wird wahrscheinlich drauf hinauslaufen. Die Dinger richtig sauber nass schleifen, abschleifen. Und dann hingehen und das Ganze frisch lackieren lassen. Es wäre mir natürlich lieber, wenn ich das nicht machen muss. Und darum geht es ja halt auch in diesem Video. Aber nichtsdestotrotz, wir testen das Ganze mal. Ich tupfe das jetzt mal hier oben in den Bereich so ein bisschen drauf. Lass das mal einen Moment einwirken. Und dann nehmen wir das Ganze ab. Mal gucken, aber sieht jetzt im Ersten, würde ich mal sagen, nicht so aus, als ob das was bringt. Ne. Würde ich sagen, nein. Tut sich nicht wirklich was. Und ich habe auch schon mal nachgeguckt, diese, weil man muss sie mit der Bedieneinheit, mit den Schaltern und der Elektronik dahinter zusammenkaufen. Das gibt es wohl nicht einzeln links und rechts. Die Spange unten gibt es einzeln. Die liegt bei Neupreis ca. 70 Euro. Linke Seite flockige 150 Euro. Rechte Seite auch 150 Euro ungefähr. Ja, da habe ich natürlich maximal keinen Bock drauf. Also dann ist wirklich die Alternative hinzugehen und das Ganze natürlich nass zu schleifen, abzuschleifen und dann zu lackieren. Andere Idee wäre auch noch, das Ganze zu folieren. Haben einige von euch auch ganz coole Bilder bei Instagram geschickt. Olli, kannst du cool machen. Gehst du hin und machst eine Carbonfolie oder sowas drauf. Das Problem, was ich dabei sehe, ich befürchte, man würde ja hier diesen Höhenunterschied durch die verschiedenen Softdutch Schichten oder Lacke hier sehen. Weiß ich nicht. Schreibt es mal in die Kommentare. Okay, los geht's. Mal aufgeschraubt und wirklich drin gerochen. Boah. 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 Ey, wer riecht denn die Scheiße freiwillig? Also, sorry, aber das ist nichts für mich. Aber beim besten Willen nicht. Äh, war das schon schwarz? Alter Schwede. Boah, das haut aber rein, das Zeug. Also, ich glaube, ich trage aber irgendwie nur Farbe ab. Deswegen bin ich jetzt auch vorsichtig. Und von dem Softdutch kriege ich wirklich nichts ab. Guckt euch das mal an. Also, da tut sich einfach mal gar nichts mehr. Das ist ja maximal scheiße. Ich trage nur Farbe ab. Ne, da gehe ich jetzt vorsichtig am besten gar nicht mehr dran. So ein Rotz, ey. Ich habe es nämlich schon geahnt. Ja, Freunde. Also, leider nicht so hundertprozentig erfolgreich gewesen mit dem Thema jetzt hier. Was steht jetzt noch in der nächsten Zeit an? Ich werde auf jeden Fall mein Lenkrad machen lassen. Wartet mal da ab. Da habe ich ein großes, großes Highlight. Da kommt was richtig Geiles auf euch zu. Dann werde ich jetzt mal recherchieren. Mal gucken, wenn ihr irgendwie ein Lacker bei euch in der Gegend oder bei mir in der Gegend eher gesagt kennt. Also, rein Srikas und so weiter. Denn ich muss die Dinger ja ausbauen. Ein paar Tage dann darauf verzichten, bis die lackierte, getrocknete und alles sind. Jo. Weil so lassen ist natürlich jetzt auch ein... Ja. Das sah vorher auch nicht viel besser aus. Kann man auch nicht sagen. Aber ist halt wirklich nicht schön ansehnlich. Dementsprechend, da muss ich auf jeden Fall jetzt recherchieren. Hier rein Siegkreis oder GM, GL Kreis. Dass ich da irgendwie einen finde, der mir das günstig machen kann. Ansonsten, ich hoffe trotz dessen, dass es dem einen oder anderen auf jeden Fall hilft. Weil generell, hier hat es ja funktioniert. Hier ist es ja echt super geworden. Hier unten der Bereich, besonders das hier ist echt perfekt geworden. Nur leider halt diese Parts nicht. Was wirklich sehr, sehr schade ist. Weil dieser Glanzbereich hier unten, den finde ich echt cool. Den würde ich auch so lassen. Ansonsten, Daumen hoch fürs Video, wenn es gefallen hat. Schreibt auch eine Meinung nach unten rein, wenn ihr ein paar andere Tipps habt, wie es sonst noch vorgehen kann. Haut rein, bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, Abo dalassen und ciao.